Hallo und willkommen liebe Skulliner Fans zu einem neuen Wunsch-Duell heute von TheLucky2K. Er wünscht sich Ignitor gegen Schwumboom und wie immer dabei bin ich der Marcel und die Sarah. Und die Sarah darf sich auch die Arena aussuchen. Äh ja, mach mal zwei nach rechts, was ist das nochmal? Piratenhöhle, genau. Ja. Hast du dir vorher das aber gut überlegt oder was? Warum gut überlegt? Du warst so zielsicher da drauf jetzt. Ja, ich hab's gesehen und mir hat's gefallen. Alles klar. Ich spiele heute mit Ignitor Serie 1. Und ich spiele mit Schwumboom. Lightcore. Und der hat immer noch das Hütchen auf. Tja, hätt's mal abgenommen. Ich brauch den ja nicht mehr mit dem Spiel, ne, im Story-Modus. Der ist ja schon komplett, also ganz komplett. Achso. Ja. Na egal. Dein Hütchen wird mich nicht daran hindern, den sehe ich nach Hause zu fahren. Okay. Auf ein Schiff natürlich. Ja. So, jetzt kriegst du erstmal die Piratenkugeln hier. Oder auch nicht doch. So, und jetzt kriegst du direkt meine Schwertattacke. Oh, das kann ich abhauen. Komm her. Oh, 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 oh. Die Giftpilze. Oh, die Giftpilze kleben an mir. Eieieiei. Eieiei. Oh, jetzt muss ich weg. Und jetzt. Komm her. Zack. Schön. Der war sehr gut. Und nochmal. Bam. 75. Und das gleiche machen wir nochmal, würde ich sagen. Weil so schön lustig ist. Und jetzt haue ich mal das Megaschwert, wenn ich dich nochmal treffen würde, habe ich sogar. Und ich würde sagen, das war's. Oh Mann. Das war eine schnelle Runde. Ja, da hast du keine Chance gehabt, irgendwie. Das war schon krass. Irgendwann meine Pilzchen, da nix. Gar nix. Du kamst ja irgendwie gar nicht weg von mir, ne. Ich hab dich immer gehabt. Tja. Ja. Mach so nix. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.